In Berlin läuft es dieses Jahr, diese spektakulären Tage, die vor uns liegen, aber in und nach dem Eis wird dann ja auch ein bisschen was passieren. Ein großer Beifahrer, die Hose oder sowas. Also, drei, zwei, eins, los! Das Gebäude ist eine 250-Element-Fassade, das heißt, es ist unterschiedlich, wir haben verschiedene Techniken hier gefahren, wir haben verschiedene Insignierungen an der Fassade gesetzt, die Größe und auch die Einheiten, ich glaube, es ist spektakulär, das Gebäude ist nicht klein, das ist hier, die Hochverschätzung. Also, wir freuen uns sehr, dass jetzt alles andere, was bescheidigt ist, wir haben sozusagen eine Fassade, die Objekte anschaut, und wir freuen uns über uns im Bein, wir haben vielen Dank für seine Überzeugung und Konzentration, weil er am Abend ist, zu bereisen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!